guten morgen night city hallo gaming freunde ich bin der eisbär willkommen auf meinem kanal zu cyberpunk 2077 ich zeige euch jetzt eine methode wie ihr die quick hacks ganz ganz schnell leveln könnt servus meine freunde klasse dass ihr noch dabei seid ihr seht habe ich hier nur level 7 bei intelligenz deswegen kann ich euch das jetzt nur bis level 7 zeigen aber das macht ja nix das prinzip ist ja immer das gleiche so als erstes müssen wir im inventar unter cyberdeck eine mod hinterlegen mit der wir quick hacks machen können nehmen zum beispiel die blaue die ich hier habe das geht allerdings nur wenn wir im vorschritt was ich euch jetzt zeige unter cyberware beim betriebssystem zum beispiel die mod hinterlegen damit wir das quick hacks überhaupt machen können die location befindet sich im stadtteil pazifika genau an dieser position die ich markiert habe und wo ich mich gerade befinde und zwar gibt es da eine kamera mit der machen war das dann immer jetzt machen wir einen quick hack und zwar nehmen wir den ping der gibt dann saftige punkte erstmal kriegen wir die 105 die dann immer in den anderen baum reingehen jetzt haben wir von level 3 auf level 5 gemacht und für den quick hack haben wir hier mal eben fast 2900 punkte gekriegt und jedes mal bekommt ihr mehr xp punkte müssen dann kurz aus dem bereich raus damit die kamera da wieder frisch ist frisch benutzbar ist aber man eben mit dem motorrad um die ecke ihr könnt auch woanders hinfahren mal kurz die straße rauf oben wieder drehen und zurück ungefähr da kann man drehen den ersten heck zum start habe ich leider nicht aufgenommen da habe ich drei level gemacht von level 1 mit ganz wenig xp punkten auf level 3 es wäre mega wenn ihr kostenlos meinen kanal abonniert damit ihr kein weiteres video mehr verpasst so und das gleiche nochmal ping ausgeführt und jedes mal bekommt ihr mehr xp punkte das seht ihr jetzt 3250 und von der 5 in die 6 gekommen so jetzt jetzt heizen war noch mal kurz aus dem bereich vollgas zurück so jetzt schauen wir mal eben ich habe jetzt noch nicht mal level sechseinhalb geschafft jetzt führen wir wieder den ping aus von der 6 in die 7 gerutscht jetzt allerdings nur 2731 punkte gekriegt weil ich schon auf maximum bin deswegen gab es jetzt nicht mehr ich habe ja nur level 7 deswegen kann ich hier auch nur bis level 7 wollt ihr höher kommen müsst ihr halt unter charakter auch höher leveln so freunde das war es schon ich hoffe ihr habt alles verstanden und könnt es ohne probleme nachmachen sollte euch das video was gebracht haben würde ich mich super freuen wenn ihr meinen kanal unterstützt und mich abonniert und das video liked und vielleicht noch kommentiert mich würde wahnsinnig interessieren ob es bei euch auch so gut geklappt hat oder ob ihr eine bessere location hat bis zum nächsten video ciao war das gut oder war das gut oder war es perfekt ich bin raus ich wünsche euch noch viel viel spaß bei dem game so leute wenn ihr mich jetzt noch unterstützen wollt ihr könnt kostenlos meinen kanal abonnieren damit ihr in zukunft kein weiteres video verpasst kommentiert mein video und liked mein video ciao bis zum nächsten video bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.